Ingrid Kevin war eine bemerkenswerte Schauspielerin, deren Leben von Höhlen und Tiefen geprägt war. Diese außergewöhnliche Frau fand ihren Weg in die Welt der Schauspielkunst und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der deutschen Filmbranche. In diesem Video werden wir ihr tragisches Leben genauer beleuchten. Ingrid Kevin wurde 1938 in Frankfurt, Deutschland, geboren. Schon in ihrer frühen Jugend zeigte sie ein lebhaftes Interesse an der Schauspielkunst. Sie trat in verschiedenen Bühnenproduktionen auf und entwickelte rasch ihr schauspielerisches Talent. Dieses Talent führte sie schließlich nach Berlin, das zu dieser Zeit ein aufstrebendes Zentrum für die Filmindustrie war. Ingrid Kevin war entschlossen, ihren Weg in die Welt des Theaters und des Films zu finden. Sie nahm Schauspielunterricht und entwickelte ihre Fähigkeiten weiter. Schon bald begann sie, in verschiedenen Theaterproduktionen in Berlin aufzutreten. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei war unübersehbar, und sie arbeitete hart daran, ihre Karriere voranzutreiben. In den 1960er Jahren, zu einer Zeit, als der neue deutsche Film im Aufschwung war, erlangte Ingrid Kevin nationale und internationale Bekanntheit. Sie wurde bekannt für ihre fesselnden Auftritte in Filmen wie Katzelmacher und die Artisten in der Zirkuskuppel. Ratlos! Ihre markante Präsenz vor der Kamera und ihr schauspielerisches Können machten sie zu einem aufstrebenden Star in der deutschen Filmindustrie. Ingrid Kevin wird für ihre ikonischen Rollen in Rainer Werner Fassbinders Filmen gefeiert. Diese Filme, in denen sie brillierte, trugen maßgeblich zu ihrer Bekanntheit und ihrem Ruf in der deutschen Filmindustrie bei. Hier sind einige ihrer unvergesslichen Auftritte. In diesem preisgekrönten Drama verkörperte Ingrid Kevin die Rolle der Mieze. Ihr Auftritt in diesem Film wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen gelobt. Berlin Alexanderplatz ist heute ein Klassiker des neuen deutschen Films, und Ingrid Kevin trug maßgeblich zu seiner Bedeutung bei. Dieser Film, ein weiteres Werk von Rainer Werner Fassbinder, zeigte Ingrid Kevin in der Rolle der Helena. Ihr Auftritt in diesem Film war beeindruckend und trug dazu bei, dass der Film internationale Anerkennung erlangte. Die Ehe der Maria Braun wurde für den Goldenen Bären bei den internationalen Filmfestspielen von Berlin nominiert. In diesem kontroversen Film von Rainer Werner Fassbinder spielte Ingrid Kevin die Rolle der Marie. Katzelmacher sorgte für Aufsehen und wurde als Schlüsselwerk des neuen deutschen Films angesehen. Ingrid Kevin trug mit ihrer eindringlichen Darstellung zur Anerkennung des Films bei. Diese Filme sind nur einige Beispiele für Ingrid Covens beeindruckende Leistungen vor der Kamera. Ihre ikonischen Rollen haben sie zu einer der herausragenden Schauspielerinnen des neuen deutschen Films gemacht und ihr einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert. Ihr schauspielerisches Talent und ihre unvergesslichen Auftritte werden immer in Erinnerung bleiben. Das Leben von Ingrid Kevin war von Tragödien und persönlichen Verlusten überschattet. Trotz ihres Erfolgs und ihrer bewundernswerten Karriere gab es dunkle Schatten in ihrem Leben, die sie in vielerlei Hinsicht geprägt haben. Ingrid Kevin hatte eine enge Zusammenarbeit und persönliche Beziehung zu dem berühmten deutschen Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Sein plötzlicher Tod im Jahr 1982 war für sie ein schwerer Schlag. Der Verlust dieses kreativen Partners und Freundes war eine Tragödie, die sie tief erschütterte. Ingrid Kevin durchlebte auch persönliche Tragödien in ihrer Familie, darunter den Verlust von geliebten Menschen. Diese schweren Verluste hatten einen starken Einfluss auf ihr Leben und ihre psychische Gesundheit. Neben den äußeren Tragödien kämpfte Ingrid Kevin jahrelang mit Depressionen und anderen psychischen Gesundheitsproblemen. Diese inneren Kämpfe waren oft genauso herausfordernd wie die äußeren. Ingrid Kevin war jedoch bemerkenswert in ihrer Offenheit, diese persönlichen Herausforderungen anzusprechen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Sie setzte sich für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen ein und nutzte ihre eigene Geschichte, um anderen Menschen zu helfen und Mut zu machen. Ingrid Kevin kämpfte einen Großteil ihres Lebens mit Depressionen. Depression ist eine komplexe psychische Erkrankung, die sich auf die Stimmung, das Energieniveau und die allgemeine Lebenseinstellung auswirken kann. Ingrids Kampf gegen Depressionen war oft intensiv und überwältigend. Angst ist ein weiteres psychisches Problem, mit dem Ingrid Kevin zu kämpfen hatte. Angststörungen können zu ständiger Sorge, Furcht und sogar Panikattacken führen. Diese Erfahrungen können emotional und körperlich belastend sein und Ingrids Angst beeinträchtigte ihr tägliches Leben und ihre Arbeit. Ingrid Kevin war nicht nur eine Überlebende, sondern auch eine Fürsprecherin. Sie sprach offen über ihre psychischen Probleme und kämpfte gegen die Stigmatisierung, die diese Probleme oft umgibt. Ihre Lobbyarbeit zielte darauf ab, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schärfen und eine empathischere und verständnisvollere Gesellschaft zu fördern. Trotz ihrer Schwierigkeiten zeigte Ingrid Kevin eine bemerkenswerte Belastbarkeit. Sie suchte professionelle Hilfe, machte eine Therapie und nutzte verschiedene Bewältigungsstrategien. Ihre Entschlossenheit, ihre psychischen Probleme in den Griff zu bekommen und ihre Karriere fortzusetzen, war lobenswert. Ingrid Covens Reise durch ihre psychischen Probleme ist ein Beweis für die Stärke des menschlichen Geistes. Ihre Fürsprache, Offenheit und Belastbarkeit halfen ihr nicht nur in ihrem persönlichen Kampf, sondern trugen auch zu einer breiteren Diskussion über psychische Gesundheit in der Gesellschaft bei. Ingrid Covens Rückkehr ins Rampenlicht in den 1980er Jahren markierte ein bedeutendes Kapitel in ihrem Leben und ihrer Karriere. Nach persönlichen Herausforderungen und einer Zeit relativer Dunkelheit gelang ihr ein bemerkenswertes Comeback in der Welt der Unterhaltung. Das Comeback von Ingrid Kevin wurde von ihrer unerschütterlichen Entschlossenheit und Belastbarkeit vorangetrieben. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, gab sie ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und Auftritte nie auf. Diese Entschlossenheit war eine treibende Kraft hinter ihrer Rückkehr. Ingrid Kevin kehrte mit neuer Energie ins Theater und auf die Bühne zurück. Ihre Auftritte wurden von der Kritik hochgelobt und sie entfachte ihre Liebe zum Live-Theater neu. Ihre Fähigkeit, durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten mit dem Publikum in Kontakt zu treten, war so stark wie je und je. Zusätzlich zu ihrem Theatererfolg feierte Ingrid Kevin auch ein Comeback in der Welt des Films und Fernsehens. Sie übernahm vielfältige Rollen und stellte ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin unter Beweis. Ihre Präsenz auf der Leinwand faszinierte erneut das Publikum. Die Rückkehr von Ingrid Kevin ermöglichte es ihr, mit neuen Generationen von Zuschauern in Kontakt zu treten. Jüngere Zuschauer, die mit ihren früheren Arbeiten möglicherweise nicht vertraut waren, wurden nun mit ihrem Talent und Charisma vertraut gemacht. Abschließend möchten wir Ingrid Kevin für ihr beeindruckendes Leben und ihre unermüdliche Hingabe an die Schauspielkunst ehren. Ihre Geschichte ist eine Quelle der Inspiration für uns alle, die wir mit den Höhen und Tiefen des Lebens konfrontiert sind. Zischenk